Wir werden keine saubere Wäsche mehr brauchen. Westwind mit 6 Knoten. Dues! Erledigen Sie sie. Wir haben ein Funkgerät, Dues. Warten Sie. Aber diese Typen kommunizieren mit irgendjemandem. Verstanden. Dank des erbeuteten Funkgeräts hören wir jedes Wort mit. Hören Sie dem Typen am Boden zu. Vor allem dem Feind am Boden. Wir haben Ihre Spurmänner und sollten Sie nicht verlieren. Keine Chance. Sie ist deutlicher als der Dampfschock. Weitmannsheil. Zeigen Sie ihm den Unterschied zwischen Deckung und Versteck. Ihr 5-Zieher wird den Baum glatt durchschlagen. Los geht's. Mitten durch die Mitte. Der Kettbewerb ist anlass. Ziel eliminiert. Das heißt Atempause, nicht Atemversagen. Wachen Sie auf und schießen Sie. Ziel eliminiert. Das waren alle drei. Gute Arbeit, die. Das ist ein Scharfschütze. Finden Sie ihn. Da. Er hat gerade geschossen. 40 Meter rechts von Ihrem Lager. Feind für das, die wir am Scharfschützen vorsichtig bewegen. Verstanden. Die Hügel haben Augenmänner. Danke, Mann. Scheiße. Sie müssen den Kader ausschalten. Da ist er. Er liegt im Gebüsch. Er kommt zu nah ran, D. Eliminieren. Tschüss. Alle Ziele eliminiert. Tschüss. Neues Ziel. Zurückziehen. Bewegungen auf der linken Seite. Wie haben Sie? Ranzoomen. Da. Ein weiteres Lager. Das ist ein Zelt. Vorräte. Jackpot. Wir haben eine Kakerlakenfalle gefunden. Eins. Zwei. Die spielen Indianer. Grün auf die Ziele. Die. OK. Reduce. Eliminieren. Die Schweine sind am Funkgerät. Mit wem reden die jetzt? Die wissen, dass was nicht stimmt. Es geht weiter, Duce. Ich habe Skrits ansehen. Er ist unter dem Baum. Das war sein Bein. Und die. Er hatte es schlafen. Da. Haben Sie das gesehen? Ich glaube, das war das Ziel von Ruhr. Körper Treffer. Gut. Tschüss. Alle Ziele eliminiert. Wir haben noch mehr Bewegungen auf rechts. Duce. Die bauen gerade ein Mörserrohr auf. Nach rechts, D. Erschießen Sie den Mann am Mörser. Er feuert auf uns. Deckung. Mörser, Beschuss. Aluminieren. Treffer. Schuss, D. Nein, zu weit links. Treffer. Mörser und Mörser verreden. Da ist er. Er kriecht im Gras. Okay. Mein Glückster. Tschüss. Also gut, Duce. Ich glaube, der Kamm ist geräumt. Keine Bewegung mehr. Ich glaube, der Kamm ist geräumt. Das ist ein bisschen verreden. Ich glaube, der Kamm ist geräumt. Ich glaube, der Kamm ist geräumt. Das ist ein bisschen verreden. Hang aufwärts. Er war 6.00 Meter. Sehen Sie das? Duce, Stolzvertrag wurde auf 9 Uhr ausgelöst. Danke. Wir bekommen gute Sächer. Roger, halte mich bereit. Sagen Sie, wenn Sie was brauchen. Negativ. Wir kommen zu Recht. Rollt out. Wir sind die Feinde auf 10 Uhr. In den Felsen sein. Da müssen Sie keine Siluetten sehen. Unten bleiben. Das war die letzte Claymode. Ziehen wir uns nach oben zurück, Duce. Scheiße. Sie müssen sich jetzt zurückziehen, Duce. Hier, lang. Los. Wir bereiten hier einen Hint. RPG, Ziel hat Priorität. Wir bereiten hier einen Hint. RPG, los. Halte mich aus. Momenti. Panther, Dusty. Drohung eliminiert. Wir warten die Entwicklung ab. Setup folgt. Verstanden. Panther, Setup folgt. 20 Vereine ausgeschaltet. Keine Einheimischen. Ich habe es hier chemisch und arabisch gehört. Wir suchen wieder Sachen nach Informationen. Roger, gute Arbeit. Niemand hat gesagt, der Typ am Boden muss überleben. Melden Sie, was Sie rausfinden. Verstanden, Dusty. Duce, gehen wir. Gute Leistung da am Abzug, Duce. Sehr ordentlich. Meine Güte, Duce. Sehen Sie sich den an. Rote Haare, Tschetschene, taktische Weste. Die hat er nicht aus Kabul. Das sind gefährliche Typen. Panther, Dusty. Haben verschiedene Volksgruppen, modernen Funk, Schutzwesten, Erzbehilfe-Gästen. Wir haben was Größeres vor. Roger, was schlagen Sie vor? Arbeit muss im Dreck auch, wenn nicht mehr da ist, was wir töten können. Nicht schießen. Nutzen ihn als Köder. Zwölf Uhr. Er lebt noch, gerade so. Dark, die irritiert sich. Warten Sie noch nicht zu sterben, soll die Lage sich doch entwickeln. Komm an! Granate! Komm an! Da wollen Sie sich auch die Arten tun. Wir sollten der Blutspur folgen. Es ist dunkel. Der hat nicht mehr lange. Nicht schießen. Es ist die Übler-Verfassung. Wir sollten abwarten, ob er Hilfe ruft. 12 Uhr. Er lebt noch, gerade so. Hören Sie, ich höre Stimmen, die kommen den Weg da hoch. Folgen Sie mir die. Wir beziehen Stellung und bereiten einen Hintergrund. Nicht bewegen. Mehrere Feinde nähern sich von Süden. Locken wir alle raus. Nar, Nar. Er untersucht ihn. Ich bin kein Arzt, aber ich glaube nicht, dass er es schafft. Sie lassen Ihre Toten nicht zurück. Das ist unsere Chance. RPG. Er ist Ihr Primärziel. Drei, zwei, eins, jetzt. Ziel am Boden. Okay, das waren alle. Gehen wir. Diese Stellung ist offiziell aufgeflogen. Ich melde das. Panther, hier ist Dusty. Wir haben gerade noch ein Dutzend IQs ausgeschaltet. Sie hatten nicht viel dabei. Vermutlich gibt es weiter oben noch ein Lager. Ende. Verstanden, Dusty. Anscheinend haben die LKW letzte Nacht diese Kämpfe mit Nachschub versorgt. Roger. Und die laufen nicht weg. Sie wissen Bescheid. Weiterhin eine EFOR abhören, falls es Probleme gibt. Verstanden. Mann, Probleme sind gar kein Ausdruck. Verstanden. Cool bleibt, Dusty. Gehen wir. Bleiben Sie von der Kamm-Linie weg, sonst sehen die unsere Umrisse. Wir arbeiten uns den Weg entlang, bleiben aber versteckt. Hier gibt es überall Feinde. Machen wir etwas schneller. Folgen Sie mir. Da vorne können wir alles gut beobachten. Halt. Halt. Sieht aus wie ein Lager. Was haben wir hier? Tschetschenische Kämpfe, westliche Ausrüstung, enormer Munitionsverrat. Die wollen wohl eine größere Party fahren. Dann machen wir mit. Panther, Dusty. Wir haben das Lager gefunden. Wir feiern in Licht jede Menge Ausrüstung, Munition und Vorräte. Roger, tun Sie Ihre Arbeit das Ding. Verstanden. Ich zähle vier Ziele. Vergessen Sie den im Unterstand nicht. Links. Eliminieren. Worauf warten Sie? Sie dürfen nicht entkommen. Wir sind in fünf Minuten. Darum sind wir hier, Männer. Lager für Beschuss markieren und weitergehen. Jimmy, Dusty. Position 285954. Feindliches Munitionslager. Folge Explosionen sind zu erwarten. Ziel ist markiert mit R&D. Roger Dusty. Boch auf 10 in fünf Minuten. Düs, gehen wir. Augen hoch. Vögel. Panther. Die Ranger haben wir schon in der Tat verlassen. Gut, Sie standen den ganzen Tag in der Schallverarbeit. Jimmy sagte, Sie hätten ein ganzes Tauf mit bösen Jungs hochgenommen. Warum sitzt Sie auf, Ranger? Wolfpack 1, hier ist Depp 2-1. Sind Sie da draußen? Mother Panther. Lagebericht. Wir mussten uns von Doros hier entfernen. Wir haben die Sturmspitze einer großen Gruppe Feinde eliminiert, die auf dem Weg nach oben waren. Panther, wir haben die letzte Nacht ein feindliches Funkgerät erbeutet und den ganzen Tag an mitgehört. Alles Arabisch. Und links. Roger. Tariqs Informationen waren besser als alles von Zencom und jetzt rennen sie davon. Großer Fehler. Letzter Mann. Muss weg, Panther. Mother out. Roger, Dusty, Sichtkontakt zu Neptun. Wir müssen uns gerade ein. Jimmy, haben Sie unsere Koordinaten im Blick? Dieses werden immer mehr von den Typen. Wir könnten Informationen gebrauchen. Moment, Mother. Wir weisen die Kräfte neu zu. Jimmy, Mother. Wie wäre es mit Luftnahunterstützung? Ziele links. Unten rechts. Verstanden, Mother. Luftunterstützung in 15 Minuten verfügbar. Kampflieger unterstützen den Abzug der Ranger aus dem Tal. Verstanden. Luftunterstützung in 1, 5 Minuten. Ziehen uns zum Inzentrationspunkt zurück und kümmern uns um diese Kerle. Mother out. Verstanden, Mother. Dusty, können Sie Neptun sehen und unterstützen? Creditor ist noch nicht auf Position. Roger, wir haben Sie. Deuce, Sichtkontakt zu Neptun. Da, Neptun jetzt im Blick. Die, die sind nahe der Kamm-Liehe, Mittager-Sektor. Mother, Dusty, wir können Ihre Sterbungen sehen. Ziehen uns zurück. Roger, Dusty. Laufbau rein. Wir sehen uns, Jungs. Wir sehen uns, Jungs. Gut. Es wird hier auch ein paar von denen ausscheiden. Mit der Deuce, greifen jetzt an. Keine Zeit wählerisch zu sein. Schieb. Zeit nach. RPG links. Unten, unten. Jetzt an. Schießen wir jetzt auf den Körper. Kürzen Sie nicht. 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 Drei Uhr. Wir sind auf der Kamm-Liehe. Nach rechts sehen die. Eliminieren. Kanade weg. Dusty, Mother. Wir sehen uns über die Kamm-Liehe zurück und locken Sie raus. Sie sind überprüfen. Verstanden, Mother. Wenn Sie hinter dem Kamm sind, können wir nicht mehr helfen. Verstanden. Willkommen schon zurecht. Mordere, wir müssen direkt. Wecht. Regen auch. Das ist die Genuss. Mordere, die Kanzhaftigkeit. Roger, Mother. Die restlichen Rücksicht. Weiter weg. Recht. Erstmaler. Das ist erledigt. Gute Arbeit. Jimmy, Neptune ist bestieb von Taco Gal über die Kammel. Haben Sie den Predator-Feed? Roger, Dusty. Predator kommt jetzt in Ihr Raster. Roger. Ich möchte keiner von Ihnen sein, die meine und seine Männer verfolgen. Die können Ihren Hass vergessen. Da haben Sie recht, Dusty. Wir gehen weiter den Kamm auf. Schlage vorsichtig uns das auf. Roger, Panther. Wo ist Neptune? Die sind auf dem Westhang des Taco Gal. Im Kampf mit Truppen, die nach oben unterwegs sind. Sir, registrieren Aktivitäten. Scheiße. Mother, Jimmy, Sie müssen nach Süden. In der Nähe der Kamm-Linie gibt es jede Menge Bewegung. Ungefähr 9, 2, 5 Meter. Jimmy, das ist der Plan. Wir sind unterwegs. Können Sie Sie irgendwie bremsen? Wir sehen Sie. Tius, Kamm-Linie. Wind unverändert. Los geht's. Einer weniger. Juhl. Gehen Sie zum Fuß des Hügels. Wo ist das? Letzter Mann. Reven, Rückzug. Unter links. Ziel am Boden. Hier war es. Hier war es. Ziele, unten am Rand. R.P.P. Schweizer, die Sie sich an der Vierholt. Roller 1, 2, 4. Und das ist eine Heizungskonflug. Achtung. Wir sind englisch. Mega tief. Wir haben dich alle genau da, wo wir sie haben wollen. Roger. Will ich das machen? Werden Sie uns? Werden Sie uns? Werden Sie uns? Rohwer, mother. Tot. Werden Sie uns? Er tot. Werden Sie uns? Jedi. Wir müssen den Hügel runter, nachdem ich geraucht den Dock habe. Wir müssen den Hügel runter, nachdem ich geraucht den Dock habe. Wir müssen den Hügel runter, nachdem ich geraucht den Dock habe. Wir müssen den Hügel runter, nachdem ich geraucht den Dock habe. Wir müssen den Hügel runter, nachdem ich geraucht den Dock habe. Wir müssen den Hügel runter, nachdem ich geraucht den Dock habe. Roger, wir müssen wieder los. Verhandlung, Trailer heißt es, bereit ist hier. Tschüss. Roger. 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 Was ist das? Was ist das? Das ist ein Ja. Bewegt euch! Trailer 1, Trailer 1, haben Sie eine LZ für uns? Es werden nicht weniger, aber wir haben immer weniger Munition. Roger, rücken Sie weiter Richtung Süden vor. Wir suchen LZ, westlich des Dorfes. Roger, in Bewegung. Lassen Sie den Taxameter laufen. Unterwegs! Kontakt rechts! Hatten wir das Dorf nicht erstmal geräumt? Ja. Kontakt links! Nichts! 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 Kontakt links! Nichts! 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 Geräumt! Weiter, weiter! Ich bin sehr. Ich bin sehr. Ich bin sehr. Die Bode, Reppet, an ihren 60. Siegen am Boden. Unterwegs. Los, bremst bei uns. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Verstanden, wir sehen sie. Werfen Fakerns für die Landung. Scheiße, der Wind ist übel. Sollen Sie helfen. Unterwegs. Zieh wir auf 6 Uhr. Weiter, weiter. Feuer, schaff hin zu den Vogeln. Rückzug zum Vogel. Zieh wir auf 6 Uhr. Rally, geh zu den Vogeln. Los, 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 die Stecki hier zum Wacken. Hallo, Sir. Reck, look, don't call it. Immer weiter, Mann. Ich decke hier die Planker. Reb, und das Reck ist es. Oh, look, make him. Los, 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 herrie. Zieh die aus. Reb, cut sie die aus. Reck, auf die Hebe. Reck, sie haben uns gebreit. Dann auf den Boden. Verstangen. Moment. Reck, können wir fertig. Vorne, die Planker sind fertig. Wir brauchen eine andere LV. Wir suchen eine andere LV. Verstanden. Verstehen Sie einen Weg für uns, weil wir müssen weiter. Verstehen Sie. Reb, cut sie die Planker aus. Wo sieht gut aus? Linke Tür, kann ich hier unterhalb des Dorfes. Schreien Sie. Schreien Sie. Du schreien Sie. Schreien Sie. Schreien Sie. Stehen Sie. Neue, eine Kibbe. Höre, wir müssen quasi machen. Polo, die gehen runter. Die müssen weiter. Er muss die Sekunden reduzieren. Polo, bech, gestrichen. Stop. Schreien Sie, ich weiß nicht. Schreien Sie, ich weiß nicht. Ich bin bereit, macht man da. Wir haben ein beschädigtes Triebwerk, können Höhe nicht halten. Sie versprühten Hydraulikflüssigkeit wie ein Geyser. Nehme kurz auf Texaco, falls wir es soweit schaffen. Bestätige, Paula 1, fliegen Sie zum Fahrrad. Mother, hier ist Drucker. Wie ist Ihr Status? Wir haben zwei Mann an der LZ zurückgelassen. Zwei? Korrekt, aber der Heli konnte Ihnen helfen zu entkommen, bevor er getroffen wurde. Sie haben also zwei Mann mit Feindkontakt da oben auf dem Berg, richtig? Positiv. Haben beim verlassenen Gebiet den Funkkontakt verloren. Wieso gehen wir dann davon aus, dass Sie auf Ihre Abholung warten? Weil ich Sie ausgebildet habe. Sie sind am Leben. Wir wollen zurück ins Gefecht. Gut, Mother, machen Sie sich bereit. Halten Sie durch. Sir, ich habe General Flake auf ETC. Colonel, ich höre, es gibt Ärger in dem Tal? Jawohl, Sir. Zwar unsere Seals haben immer noch Feindkontakt auf dem Berg. Takur Gar? Jawohl, Sir. Ihr Teamleader und der Bootsmann ersuchen um sofortigen Wiedereinsatz. Negativ. Sir? Frische Truppen wären besser. Diese Seals sollen die QRF im Bagram so schnell wie möglich einweisen. Jawohl, Sir. Bagram FAULA 1, drehen nach Osten, nähern uns Einsatzziel Betty. Wie war das FAULA 01, Einsatzziel Betty? Positiv, Sir. Ich habe ein Befehl, unseres Seals abzusetzen. Wer hat das angeordnet? Ich gerne. Wir lassen unsere Jungs nicht zurück. Auf dem Kamm dort ist alles ruhig. Ihr geht 1300 Meter weiter nordwestlich runter als geplant. Was ist mit dem Vogel? Den klägen Sie schon. Aber unter uns. 1300 Meter. Verdammt, das ist der Kitzel. Roller 1, 7 dieser neuen LZ. Chevy, ihr ist Berser. Die Seals können noch nicht runter. Die Gegend ist heilig. Das war's. Wir nachreffen. Lehmann-Sarly-Bahn-Brown im Abzug. 5 Sekunden. Okay. Alles klar? Los, los, los! Sie sind drauf. Sie sind drauf. Sie sind abgesprochen. Barbara, stehen unter den Schuss. Sieht nicht gut aus. Unsere Strauschen ist aufgefallen. Kommt Feuer anbauen. Ich sehe sie nicht. Ich kann mich zu hören. Ich habe ein. Barbara, brauche 1. Zielsteine, verkrime im Besuch. Wir schaffen etwas nicht bis zum Fahrt. Wir sind aufs Fahrt. Sie sind zwei auf. Sie sind zwei auf, die beiden auf. Fahnd, 1 dieser Strauschen. Sie sind aufs Fahrt. Sie müssen aufs Fahrt. Sie sind aufs Fahrt. Sie sind aufs Fahrt. Ich komme in. Das war's.